So, heute bin ich bei Restaurante. Bajabe Restaurant. Bajabe? Bajabe. Bajabe Restaurant. Okay. Okay, sie führ mich so rein, was hier ist. Es wird schöner Freisitz, wenn schon Wetter wird. Dann wird, machen wir Freisitz noch fertig. Okay. Das ist ein Biergarten. Ja, das wird dann hier Biergarten. Ja, okay. Das ist noch ein bisschen kalt. Das wird langsam dann. Okay. Ja. Und er füd guys. Das ist Tagima, in Indien. Ja, das ist ja Vanille, okay, 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 und, schmecken, ja, haha. So, und das ist Madame, ja, okay, hallo, so, wie heißt es so genau, Restaurant? Das ist ein Punjab-Restaurant, das ist in Aylenburg-Ost, Rosa-Luxemburg-Straße. Das ist eine Spezialität, eine indische Spezialität, oder habt ihr mehr international? Wir haben eine medische Spezialität, ich komme selber aus Indien, aus Bonnien, Bundesland, und wir haben indische Spezialitäten, griechisch, italienisch, und auch deutsche Gerichte machen wir auch. Okay, und für Geburtstag und, oder, Jürgen, was ist das? Wir richten alle Feierlichkeiten, Geburtstage, Hochzeitstage, oder auch Klassenfahrten, alles inklusive. Okay, wir liefern auch, nach Hause, und wir, auch immer, unser Restaurant, haben wir genügend Platz. Okay, und Silvester wird auch hier gefeiert? Silvester wird auch gefeiert, ja. Okay. Silvester und auch Weihnachten. Schön. Normalerweise alle Feierlichkeiten. Ich richte mir gerne ein. Okay, dann werde ich mal beim nächsten Mal auch zum Sommer kommen, um die hier feiern. Und, äh, ich seh schon, das ist ein sehr schöner Atempfähler hier. Hier ist unser Geschäft. Gelder, Mitarbeiter, Elf-Lich-Mitarbeiter. Okay. Ja, und wie viele Personen habt ihr so hier? Wir arbeiten ungefähr acht Leute. Aha, okay. Da sind alle so ein Böger. Ja, ein Böger. Ja, okay. Gut. Na ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Na ja, sehr schön. Na ja, sehr schön. Na ja, sehr schön. Was passt das in Kapitri? Danke. Danke. Danke.